Ist doch gar nicht so schlecht aus. Hier, ich habe ein paar Haare. Du hast es? Ja, Lilly hat sie mir zu schlafen gegeben. Da, alles fertig. Die Clementine ist viel safer. Das ist gut für mich, dann. Willst du noch sprechen, oder sind wir fertig? Ja, ich bin auch. Hey, Ben. See ya. See ya. Schön. Einfach mal getisst. Hey, Ben. Ja? See ya. Schönes Ding. So, jetzt aber, Kenny. Jetzt reiß dich mal zusammen. Hier, Junge. Trink mal lieber einen Schluck. Ich wollte dir mit dir sprechen, um meinen Pass von dir zu halten. Du hast uns gesagt, es war dein Elterns-Store zurück in Macon. Das war genug persönliche Informationen. Ich bin sicher, die Katze wäre okay mit dir. Also vergiss es. Okay. Okay. Ich dachte, wir müssen das jetzt irgendwie... Die MyMap gibt er uns ja noch nicht. Also geht mal dem Typen mal. Hä? Wo ist denn der Chuck? Kann ich nicht mehr zum Chuck gehen, oder was? Muss doch irgendwie gehen. Trink jetzt den Whisky, Junge. Hä? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Verdammt. Super. Cool, dass du abgestimmt hast. Hä? What the freaking God am I supposed to do? Be right back. Alles klar gut ziehen. Bis gleich. Wie komme ich denn zu dem Typen? Wie geht's denn nur zum Kenny rein? Da steht der Typ zwar. Aber er lässt sich ja hier nicht wegbewegen. Und hier? Ah, jetzt geht's. Son of a bitch. Ja, trink dir ein. Ich habe das, wenn du es willst. Verdammt. Ich habe es nicht gedacht, dass ich es übrig hatte. Danke. Eine Nippe? Natürlich. Ja, kann man schon mal trinken. Kenny, Junge, jetzt... ...rechts aber mal. Chuck wollte wissen, ob du einen Trinken brauchst. Er hat etwas? Ja. Ja, das hilft. So, soll ich dir jetzt... Thanks. Na, hat er dir was erzählt? Der Typ ist auch irgendwie... ist der mir trotzdem suspekt. Der hat bestimmt auch irgendwie noch Dreck am Stecken. Da kommt noch was. I just know it. Ich sehe nicht, dass das passiert. Es sollte. Ach so, nein. Ah. Jetzt läuft er wieder da rein. Dammit. Wollte ich gar nicht. Hm? Ich bin gleich wieder da, Leute. Lass mal kurz hier... ...Hausmeister spielen. Ich bin derjenige die Bandit. Was? Was? ... All right, I'm back. So. Das Manu geht wieder schlafen. Und wir machen weiter. Ah, ich wusste es doch, dass er es war. Das ist all meine Schuld. Was für? Warum würde ich das tun? Sie sagten, dass sie mein Freund haben. Dass er mit ihnen mit ihnen war. Nachdem ich herausgefunden habe, dass sie nicht gemacht haben, dass es zu spät. Sie sagten, dass sie mich töten würden. Wir töten alle uns. Ich bin sorry, wir... Sie sagen, dass sie mit mir sprechen können? Ja, ich mache. Ich bin wirklich sorry. Wir lassen es jetzt, okay? Was machst du hier? Ich, äh, ich kann nicht mehr zurück da sein. Ich brauch ein bisschen Wasser. Was noch etwas? Ich dachte, um zu sprechen mit Kenny. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin sehr interessiert, dass du deine Fehler zu dir selbst behaupten kannst. Ich kann sagen. Du verstehst warum, richtig? Ich glaube. Du bist besser. See you. Ja. Ich möchte darüber sprechen, Savannah. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da kommen? Wir wissen nicht, was zu erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Die Sache ist, wir und ich, wir sind ein Team, weißt du? Ein Team braucht ein Plan. Das, was ihr Spaß macht. Das machst du richtig. Genauso mache ich es nämlich auch. Ich denke, wir sollten deine Eltern suchen. Wirklich? Ja. Du musst wissen, ob sie okay sind. Wenn sie nicht, was zu ihnen passiert? Ich bin sicher, dass sie okay sind. Ja. Es ist besser, dass sie positiv bleiben. Das ist das, was der Vater immer sagt. Mal schauen wir auf die Mape. Wenn wir herausfinden können, wo sie waren, können wir da beginnen. Es sieht, wir kommen direkt durch die Stadt. Wenn es nichts auf der Straße gibt, um uns aufzuhalten. Es ist einfach nur eine Kärmaschine. Obwohl sie immer in dem gleichen Ort bleiben, wenn wir da gehen. Es ist, äh... Hm. Hey, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Hast du noch da gewesen? Mal. Schau mal. Haben Sie aufgeregt? Es sind hier ein Hotels, aber diese Kärchen sehen und dann vielleicht hat sie ihre Erinnerung geblieben. Sie haben wirklich den Dessert gespielen. Es ist die M-M-ilo-Mar. Ist das denn die Mauchhäuse? Ja, genau! Dann gehen wir da. Ja. Du denkst, wir haben einen guten Plan. Ich glaube, es ist sehr gut. Kann ich mich erzählen meinen Eltern, wie du auch hier willst? So, go ahead. Right. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little Shack. Thanks. I guess we should see how far... Oh, shit! Hold on, everybody! What is happening? Oh! We're not going through. How do we go? Fuck, 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 fuck! Maybe we can walk? That's fucking stupid, man. I'm just saying. Hmm, I don't know. I ain't got much experience with y'alls 42, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing is not full of milk, Charles. Gas, diesel. That's something that's going to be slow. I'm going to get a homie cell. This crew here. Also, B4 spielt der scheinbar ja auch. Oder nicht? You're going to get your face chewed off. Are you guys going to be trouble? Because we could have just kept walking. Define trouble. Anything that gets you killed, or worse. And it tends to come hand in hand with groups of guys in distress. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Yeah, right. We'll be down here. Fuck this. I'm coming up. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. A group of guys is what we need. They are what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey dude. I'm going to be. Hey. Hey. Chista. We're trying to get started. Hey man. I've seen how the way it can happen with the Grumpy Bored Army. You can use some good people. Oh, it's been a bad day. Look. You want to help us out? We could use some able bodies. Yeah. We really need some help. What's in it? Oh shit. Goddamn, you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Scheiße! Was ist dein Name? Clementine. Oh, so er wird zu schweigen. Oh, das ist großartig!